was das sehr viele sich gegenseitig auf spaß vergewaltigen nein gut zu wissen es werden die du nicht auf einen richtigen guten beigewaltigen sich hier mit den menschen aber spaß einfach mal gesagt ja sie soll sich einfach nicht wehren bei der vergewaltigung ist einfach zulassen dann tut sich so doll den 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 wie du musst los wohin musst du dann in korea und korea java findet ja ist eigentlich dass der berliner flughafen eine schlechtere bewertung hat als java berlin nice also no joke der flughafen hat ihm zweieinhalb stern und die java hat vier wie kann das eigentlich sein der echte gangster weiß auch wie die java schon mit jedenfalls ein monat lang haben die gläse ja montagne sieht mich nicht montagne sieht mich nicht und sagt doch dass der blick mit steht rechtzeitig aus dem deck mit falls es nicht gehabt die wand ist hart du kannst du nicht durchschießen dies ein bisschen rum haben wir echt noch gewonnen ja 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 die klatschmaß der 69 waren da hab ich doch nicht mal alle minecraft spielen ja ich habe mein kopf noch nie gespielt was also ganz ehrlich das sind solche sachen die darfst du nicht erzählen wie zum beispiel ich bin noch jungfrau oder so ne das darfst du einfach nicht irgendjemand erzählen als jungfrau bist darfst du noch sagen das ist noch legal in deutschland weil das ist was gutes ja weil das bedeutet dann kommt die nächste und knallt hier einfach weg nein das wichtige ist dann kannst du es noch versteigern auf ebay stimmt alter das haben irgendwelche frauen gemacht auf ebay um sich ja frauen ja aber bestimmt gibt es auch reiche frauen die männer bieten ich glaube nicht du musst die bezahlen dafür ich glaube es gibt auch hallboys die mit älteren frauen schlafen ja älteren oder älteren oder älteren oder älteren oder älteren alt und ranzig und äh und äh und ähm nicht gespielt ja aber wieso nicht ich meine meine alles klar waffe jedem das eine ne warum also ich bin kein rollboy also ich gag an eine aber du würdest gerne eine alte fette ich weiß nicht wenn ich viel Geld habe ne krieg ich bestimmt zwar nie trinke ey ich glaub es das wert ist dann denkst du auf jeden Fall der LR ne also da kann man sich dann halt den dreifachen Schutz bieten besser ist das den braucht man aber auch obwohl sie können gar nicht mehr schwanger werden doch können die ja und die außer mit fettig können auch 20 sein ja das ist ja fettig auch so da muss man schon H4 trainiert haben Aua Aua Ey und ist ja ein Blackbeard ne Was? Das ist die größte Lübe meines Lebens Wo ist der Erik? Er ist bei mir hier Er macht T-Bag Wo ähmt der gerade? Er sagt nein Er sagt nein Der ist dumm Der redet mit mir Hier Die Gegner sind da Ah lol What played Bruder Die sind drin ne Ha Er hat auf jeden Fall nicht die Basics gemacht Ah ja Alter ich hab nicht so abgefallen Ich hab so zwei Leute durch den Boden geholt Ja schön Och die lag Alter Die lag auf der Couch Ich hab jetzt literally Fünf Kills Hipfire Und zwei muss ich auszählen Weil der Legion meinte Show Hard Modus aktiviert Ja und? Äh von hinten kommt auch Eier Wir werden absolut anal genommen hier Ne Was? Nein! Da will ich mitmachen Was? Pass auf! Na ja So 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 Eben ist du jetzt raus gekommen Achter im Fenster Ja weil er dahinter Aber ich kann den auch nicht holen Das ist problem aber ich kann den Gegner holen ok da unten war wer... aber warum... hol ihn hol ihn hoch hol ihn hoch ...wollte eh warum wurde dann immer weh? warum bin ich dann immer nach vorne gegangen irgendwie? Leg dich in den... ey er spielt Schrock... ...dech... ...dech... ... ...